Willkommen zurückzuletzt bei der Madgear Rising Ravages Wow Ravendal, äh, Ravendal, wow, wie whatever auch und so, ne So, wie soll ich jetzt hier den Kampfjahr nicht wegbestreiten, sondern wir sollen ja anzetteln jetzt Wer kann ihr ID-Karten haben, ne Was ja bis hin ne Scheiße gelaufen ist, würde ich mal sagen, ne Das ging schnell War ja klar gewesen War ja klar, so, ist noch klar So, die ersten die auch schon mal drauf, bitte Sehr, sehr, alle lieb Herz Wer alle lieb Herz Hab ich gerade für ne Scheiße, wie so, ne Was hast du noch Loll, hat auch mein Schwert Nur ich mein, wie blitziger und geiler Überhaupt, ne KP habe ich gekriegt, also kein Plan habe ich gekriegt, ha Ja So, immer Down, die alle Wissen du was, Leute War immer die, Typen der Schrott Okay, die ist schon mal runtergegangen Nein, Alter Wir nehmen dich Nein Masso Oh ja, das klingt gerade mal starisch aus Mein Gott Fail So Sein Ding ausgerissen Woher Punkte, ne Was auch immer, frage ich mich gerade nochmal Zander, du ist links Sie kommen 28 Schön Das liegt nur was Eine Jailbreaker Wenn die so hießen Egal Die Javelina, so hießen die Dinger, glaube ich In normalen Namen In normalen Namen Okay Kann man das ja auch zerstören Wer wie bis hin Echt Auf die Ditteil geartigt, ne Ne, ging nicht Okay Soll ich hier Die Bilderrahmen Was auch immer, frage ich mich gerade, aber egal So Hier lang Ne, Treppen hinauf Warum bitte kein Fahrstuhl, ey Aber wenn ich fahre, würde ich nicht gerade die Fuß zuge Weil er die Treppe Warum auch immer, frage ich mich gerade Ihr schon auf die Scheißkiste Und Bist du auf? Ne, ganz bestimmt nicht, ne LOL Sehe ich nicht auf Doch jetzt ist er auf Feinde irgendwo in der Nähe Nicht Wie ich sehen kann, aber da genaht liegt ja Alter Geht doch Ähm, erst mal hier umgucken Deine Kiste Da ist auch schon offen Ähm, holo-chip-Mittel Ich weiß alles nicht, für was ich das brauche Ganz ehrlich, Löcher Ich bin mir leid dafür Ich bin mir leid dafür Untertitelung des ZDF, 2020 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 noch so eine art extra dinge deswegen gehe ich da mal ganz schnell fort hin wie heute mal hochkommen soll versteht sich na klar ganz knapp auf meine reichweite bitte fallen die linken seite wäre nett na klar du fährst du mir ab wie soll es auch einer seien leute was war hier drinnen holoship ok groß sogar ich höre locker wo wir auch nicht egal ich habe nur mit über das gehört und das beurte ich mich schon irgendwie ein wenig ja die stelle hier die kenne ich nur aus den nennen trailer gegen die trailer wo er kenne ich das irgendwo kenne ich hier diese einrichtung hier gerade egal soll mich hier nicht stören aber egal ok doch bist du beschwert von mir gerade die andere so ein renner weil ich gerne mein gott kaum mal drauf leuten bei am abgestellten mach ich den fertig erst aber den will ich nur probieren einfach verdient hier ne gedacht wurde ja auch bei anderen ausprobieren aber egal mal okay ich glaube für die blauen dinger muss man die immer einnach direkt da treffen wo dies und mit viel bis durch ich bin da mal so das so sein wird was höchstwahrscheinlich auch ist ein greifen und nicht kommen wir rein sind und ich es äh so einigermaßen kann er wenn ich mir den kampf stellen wenn ich dann voll beschwert von mir war glaube ich aber egal es wird schon irgendwie klappen leute so steht es fest geht doch komm schon die Wiener ich komme nicht hoch genug alter so schlimm so kann ich nicht springen und so geht auch für die flüge schön zerhacken erst mal damit er gar nicht mehr fliehen kann lol das ist ja noch Wetter schön reinschnitzeln mein katana blitzkatana angemerkt ähm warte mal habe ich noch eine javelin die sehr schlecht geschossen war auf jeden fall lol so wirklich so viel leichter der kampf wenn man hier einfach in tausend zeiten sehr spüren kann wohin 31 das waren alle ok die bisschen länger sein können durch der kampf war egal das geht leider nicht ja ok gehe schon gerade nee rap nam irgendwas das das rahmen äh das schon eines 3d bildes verwenden um die aufmerksamkeit der mit emotionen boah unterdrückung wir sehen cyborgs zu erhalten benötigt man mehr als nur ein erotik magazine her mit sollte es funktionieren aha ok m kreis diesmal gehe ich hier lang auf jeden fall anruf 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 der Weg zu bequem der Gipfel der Gipfel er hat er gebetet der Gipfel auch ein paar Prozent 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 Spurado die Räume Buchholz wieder R Rundin Klinz und durchsteuern was die Autorität auf jeden Fall das ist das Verloten ohne nicht und halt hier dank dann war es doch nicht der Zaun gewesen da unten oder hier ist es ganz bestimmt doch nicht doch es ist der Zaun den wir sie schneiden können der schneidet den schneidet den schneidet den schneidet den schneidet den Teile oder wie hoch das geht mehr da geht mehr da geht mehr auf jeden Fall tausend tausend wir haben tausend geschafft abkommen das reicht mir oh ja tausend Teile verschnitten was ist das so kleine Dinger ey wenn er so fack macht wie eine Flunder von mir klick mich ruhig an warte nur so er weiß dass er ihn sehr schneiden will so scheiße ey okay nur mal auf einiges mal so nicht der einzige glaube ich nö nicht der einzige nein nicht werfen oh mein gott weil der gar unaufmerksam gewesen sei so unfair ja drehen in die andere Richtung ey ryan ey du kleiner Schlingel du okay waren alle 50 Sekunden oh Minuten Sekunden glaube ich ja ne nur mehr so ein bisschen krank so viele Minuten okay dann rum ey da Ryden was du willst ey immer schon was ich will so was ist der Weg den ich mir schon gedacht habe den mit dem dem wir gehen müssen er ist ein bisschen spät abends Leute kein ich für meine Aussprache gerade mein gott wie schlecht kameras sind hier ähnlich entdecken werden weil ich so gute für einen verbinden das war auch eine einer daher von wegen die werden wir nicht entdecken ne ach walker direkt na klar ein walker direkt keine lotto oder so schicken ne ein walker genügt schon wie jeden fall so dem war es auch schon sehr schnell gewesen ne angemerkt okay walker war doch äh nicht so guter nicht so ein guten mittel nein egal komm einfach straight durch ich finde das geht in der kleinen Licht ne na klar also die kleinen Piss fiel ich auch noch die könnte auch anders sein ne okay ich konnte gerade irgendwie nicht verteilen aber egal was mir ein dem gedächtnisbein dass sie keine dinger das scheint keine kleine Tömer angemerkt sie gehen hier und durch es wird heute ein bisschen spart und schaut ja auch wenn euch die sind dieser Partie gerade gefeuert nur und ja erschien kopf die und nicht bewerten vergessen sie